Diese Geschichte handelt von einem 17-jährigen Mädchen. Ihr Traum ist es, Influencerin zu sein. Ich wünschte, ich hätte mehr Follower. 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 Ich wünschte, ich wünschte, ich werde mehr Follower. Die darauf folgenden Tage und Wochen aß Elena immer weniger und sie verlor die Kontrolle über ihr Erstverhalten. Außerdem hat sich herausgestellt, dass sich viele Menschen für ihre Geschichte interessieren und sie somit viele neue Follower sammeln konnte. Doch Elena reichte es noch nicht, bis es schließlich nur noch zwei Nahrungsergänzungspehen am Tag war. Guten Tag, Elena. Wie geht's Ihnen? Mein Kräftetwebe bin ich. Sie sind aus der Straße zusammengebrochen und lagen drei Tage ohnmächtig hier im Kram im Haus. Ihre Mutter ist bereits informiert. Sie ist auf dem Weg hierher. Ich muss ihn also jetzt noch einmal spritzen. Hallo, Elena. Bei Ihrem Online-Vertrag haben wir Ihnen einiges verschieben. Unsere Agentur basiert auf einer selbstständigen Kalli und es geht nicht darum, junge Menschen bekannt zu machen, sondern sie zu steuern und zu monikulieren, um herauszufinden, wie weit manche Menschen gehen würden und sich unbekannt selbst zu schädigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020